Hallo bei eGroupware 16.1. Online-Kalender für Events und Ressourcen, Kontaktmanagement, Aufgabenverwaltung, Online-Fileserver, Projektmanagement und Ticketsystem. eGroupware unterstützt professionelles Teamwork im Unternehmen. Die Software bildet alle Informationen auf einer Unternehmensplattform ab. Gutes Teamwork erfordert ortsunabhängigen Datenzugriff. Konsequentes Design und einfache Benutzung sind dabei unerlässlich. Die neue mobile Version ermöglicht einfachen Zugriff auf alle Ihre Daten, Mails und Kontakte mit einem optimierten, kompakten Design für Ihr Smartphone oder Tablet. Sie bietet dabei mehr Anwendungen als eine Synchronisation, zum Beispiel Stundenzettel und Tracker. Arbeiten Sie zusammen, wo auch immer Sie sind. Farbcodes machen es jetzt noch einfacher, zwischen den Anwendungen zu navigieren. Um aus einer App in die nächste zu wechseln, nutzen Sie das Navigationsmenü. Ein wichtiger Faktor bei Collaboration Software ist die einfache Benutzung der Anwendungen. Das neue Look & Feel der Oberfläche optimiert die tägliche Zusammenarbeit mit eGroupware. Leichtes Design vereinfacht Planung und Management. Konsequentes Layout für übersichtliche Apps. Ab Version 16.1 kann das Seitemenü in allen Anwendungen eingeklappt werden, um den Platz auf dem Monitor optimal zu nutzen. Auch auf kleineren Bildschirmen stellt eGroupware dadurch alle Apps und Funktionen sehr übersichtlich dar. Version 16.1 wurde für die Nutzung auf verschiedenen Monitoren optimiert. Einfaches Arbeiten an unterschiedlichen Geräten, im Büro, im Meeting oder zu Hause. Der neue Kalender bietet erweiterte Funktionen und schnelle Bedienung für die Zeitplanung im Team, zum Beispiel per Drag & Drop und das Kontextmenü. Die Werkzeugleiste im Kopfbereich der Anwendung ist jetzt perfekt auf die Nutzung des Kalenders angepasst. Hier wechseln Sie zwischen Tages-, Wochen- oder Monatsansicht oder zwischen 5- und 7-Tagesanzeige mit nur einem Klick. Farbcodes zeigen verschiedene Kategorien in jeder Ansicht und ermöglichen eine schnelle Übersicht über alle Termine. Selbstverständlich stellt eGroupware weiterhin alle Anwendungen für gute Teamarbeit zur Verfügung und bietet jetzt nicht nur ein besseres Design, sondern auch perfekte Zusammenarbeit für unterwegs. Sie haben auf einer Messe einen neuen Kunden getroffen? Speichern Sie seine Daten einfach direkt auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Es gibt eine neue Aufgabe für Ihr Team? Infolog übernimmt die Aufgabenverwaltung und verknüpft mit wichtigen Dateien oder Kontakten. Sie wollen Ihre Mails von unterwegs lesen? Die mobile Version zeigt jetzt all Ihre Accounts ohne Synchronisation. Für eGroupwares vielfältige Business-Anwendungen stellen wir viele kostenlose Tutorials und Webinare zur Verfügung und bieten außerdem professionellen Support. Wir verbessern Ihre Zusammenarbeit. eGroupware 16.1 Making Business Smarter